Popöchen, 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 Momöchen Jetzt sind wir wieder bei Fallout Shelter in unserer super sexy genialen Vault Nummer 910 also die Nummer 910 Nicht nur Ressourcen anzeigen bei dem Raiderangriff bedeutet, dass Ressourcen gestohlen werden erstmal alles hier wieder auffüllen Jaja, meckert, meckert dumm 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 Da wollen wir doch mal schauen was uns so erwartet Spring dich nicht wieder zwei Missionen zwei Raiderspionage die beiden sind als Raider verkleidet Mal schauen was unsere beiden hübschen Hübschlinge so hinkriegen Raiderspionage Red 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 Ah ne Red mit dem Raiderbass Ich weiß nicht ob das eine gute Idee war da sollten wir eigentlich drei hinschicken aber wir hatten nicht genug Raider-Outfits Das Dachte ich Das schief gehen wird schon schief gehen Das Kriegen wir schon hin Wir haben auch genug hiervon mit 15 und 9 Da hat wir jetzt schon Off Oh So Zwei davon Schon mal 153 Kronen bekommen Was haben wir denn Ihr wollt ihr unserer Bande anschließen Wir sind die Pencil-Paschas Wir schieben Bleistifte durch die Leute durch Glaubt ihr Ihr seid zäh genug bei uns mitzumachen Ehrlich gesagt Möge der Kugelschreiber lieber Endlich Leute die verstanden haben dass die Schreiberei die tödlichste Kunst ist oder Wir sind eigentlich nur verkleidete Voltbewohner Wir wollten euch ausspionieren Nehmen wir das weiter Endlich Leute die verstanden haben dass die Schreiberei die tödlichste Kunst ist Nun Genau Das wollten wir hören Geht ruhig rein Nur denn Warum müssen wir da trotzdem noch kämpfen Ich dachte wir sind Für uns Nicht gegen uns Ist blöd Vielleicht Ah Mal sehen was wir hier haben Das ist ein Aufzug Stuhl Oder auch Aufzugstuhl Fahrstuhl Aufzugstuhl Aufzugstuhl Ab und an glaube ich Er findet die Wörter die ich hier so finde Dumt dumm Da dumm Do dumm Da dumm Platt 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 Blut Gemutlos falsch Richtung? Das ist die richtige Richtung. Glaub an nicht. Kann noch momentan dauern und fünffache ein Schaden. Was grundtechnisch gibt es hier schon? Können wir nicht was? Der wird 15 los, ich habe schon sieben Stück bekommen. Wer seid ihr? Neu bei den Pencil Brushers? Ich bin hier schon seit Anfang an dabei. Ich war für den Namen Erasers. Ich glaube immer noch, dass das eine bessere Wahl gewesen wäre. Sollte es eine eigene Bande gründen und das alles hier hinter dir lassen. Die Bande ihr wisst nie toppen. Pencil Brushers sind die besten. Könntest du das nochmal sagen? Wir müssen das aufschreiben, weil wir bei euch spionieren. Weißt du was? Wir werden dich einfach töten. Wir nehmen das weiter. Loyal für unsere neue Gruppe. Ja denke schon. Hey, ich muss los. Ich kriege mit deinem Raider. Ne Kamera. Ich glaube echt allen Scheiß. In dem Raum töte ich wieder, Leute. Das ist leicht verwirrend. Oh. Ok. Die sind sehr ein. Warte mal, mach ich. Wer ist denn das? Oh. 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 Warte mal dieses Ding hier. 13, 15. Okay. Vielleicht haben wir schon 1000. Ich hasse diesen Ort. Ach, so schlimm ist er doch nicht. Jetzt erst nach links. Zoom. Oh, was waren dort? Kleber? Rohrlochverbreiterer? Weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Und wieder ein paar von denen. Kann noch lange dauern, bis wir hier durch sind. Oh, ein Planteil. Okay, er heizt sich durch Level ab. Jetzt haben wir die 1000 Kronen voll. Oh, das ist nix. Ein Globi. Globuli. Er schafft das. Oh, er hat sie doch durch Level ab. Was war das für eine Waffe? 12 bis 15. Leider schlechter. Nächster Raum. Und nächstes Interview. Ihr steht vor SharePoint, den Anführer der Pencil Brushes. Ich schätze, ihr seid wegen eures Anteils im letzten Überfall hier. Ganz genau. Wir hätten gern ein paar neue Waffen. Wir brauchen medizinisches Material. Wie wär's mit Schrott? Wir haben Lust, was zu basteln. Stirb-Raider abschauen. Offen. Ofen. Gut, jetzt los und richtet Chaos an. Okay, was war das für eine Waffe? Ernsthaft? Ernsthaft? So ein Müll? So ein Müll? Gibt's uns mit? Nochmal, Junkchen. Du stürzt. Und scheiß, ey. Ach, das sind wieder zwei. Drei. 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 BAM. Ja, so viel zu denken gibt es hier echt nicht. Warum hat sich da ein Level? Nix. Da. Warte, 25. Da wieder erwähnt, ein Klander. Und zwei halbfacher Schaden. Bitter. Bitter. Level up. Geht auch. Ein paar schöne Dinge hier gesammelt. Und im vorletzten Raum gibt es nochmal einen Plan. Blauen. Sehr schön. Hier gibt es nochmal zwei Leutchen, die aufmucken. Da haben wir nochmal geheilt. Da haben wir 23. Wir sind mit 15 dorthin. Oh, wir haben plus sieben von den Dinger gemacht und plus drei von denen. Das ist ja... Rück zum Volt. 3. 4. Gucken wir mal, was in unserer Vault so abgeht. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Schließen. Ah ja, stellt euch mal nicht so an. Kann ich hier eigentlich wieder unsere Superwaffe herstellen? Oh, selten, ok, 9 bis 12, 12 bis 13, 11 bis 15, 13 bis 15, für den ganzen Rest fehlt noch Sachen, so. Schade, 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 Bananen. Gucken wir hier nochmal was bei GeisterSchwarz so los ist. Da haben wir wieder zwei Missionen. Zwei. Gut, dass ich gerade kein Rapcam anhabe. GeisterSchwarz tötet den Raideranführer. T-Shirt. Au. Nicht, dass es hier wieder ausartet und eine super lange Folge wird. Dann gab es vorhin gerade einen Cut. Weil hier, er hat auch 12 und 8 mit. Okay, ein Plan. Ja, je nachdem, wie groß diese Folge wird. Wieder auch ohne Cut. Mit Cut. Ich bin schonmal eine, die etwas länger war. So, ich bin schonmal eine. Oh, hallo. Wem hast du? Ach, da sind drei. Alles klar. Unser Flammenwerfertypi. Welchen Flammenwerfer hat er denn? Mit 15 mit 16. Da sollte man so Flächenschaden anmachen. Das wäre genial. Und sie ist dort. Und wieder ein Plänchen. Oh, das war ein... Da müssen wir hin. So, was ist da? Nix. Wieder ein paar kleine Dinge. Große Räume, kleine Dinge. Nix dran. Oh, ein Geist. Er ist gekommen, um mich zu holen. Oh, ich bin der Geist, deine Großmutter. Ich hole mir ein Geist. Und ein Goldes Pferd. Ich habe ein Goldes Pferd. Ein Goldes Pferd. Oh, wieder ein Plan. Also, hier findet man ja Pläne. Egal, es läuft mal mit. Und ein Goldes Pferd. Also, das ist mit den Stimmen. Muss ich nochmal üben. Ach, der macht gleich Level ab. Oder auch nicht. Okay, wieder eine goldene Wolldecke. Dann muss ich wieder ein neues Lager bauen. Da haben wir nix. Kleine Pistole. Ein runter. Mal, wieviel man von diesen Stim Packs findet. Noch eins. Kannst du mich verarschen? Ist das gewollt oder ist das ein Bug? Geh da in den Fahrstuhl. Fahr runter. Da wird oben nicht aufgedeckt. Also, es bleibt doch bei einer Folge. Oh, mal ein halbfacher Schaden. Ach, da oben machen wir auch noch. Vielleicht wären es noch zwei. Wird man nachher sehen. All durch Level ab. Wieviel Stim Packs. Hier nix. Ich bin gespannt, kriegt das alleine hin. Da ist. Da ist nix. Oh. Zurück zur Woll. Yep. Giddy, Giddyup Buttercup. Oh, nicht klar. So, dann eben noch alles einsammeln. Erst in drei Stunden. Zehn Minuten da. Wenig Lagerplatz. Ja, hab ich schon mitbekommen. Wir haben noch 46 Plätze frei. Das sollte ausreichen. Ausreichen. Und in dem Fall verabschreue ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Äh, jetzt ciao.